Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Ja, hier Florian LFK, inzwischen haben wir schon eine nähere Angabe Brand wurde bereits gelöscht Brandmelder wurden ausgelöst durch einen Brand eines Absaugfilters Ja, Lagemeldung, Verkehrsunfall mit zwei Pkw Polizei Rettung bereits vor Ort, Verletten sind ebenfalls versorgt Kommen Florian Paschen, verstanden, Ende Die Einsatzleiter Paschen, Achtung, Lagemeldung Es handelt sich um einen 7,5 Tonnen LKW, der von der Straße gerutscht ist Kommen Hier Florian Paschen, verstanden Es handelt sich um Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall Ein weiteres Fahrzeug wird vor Ort benötigt Florian Paschen, von Einsatzleiter, Lagemeldung, kommen Hier Florian Paschen, kommen Eure Einsatzleiter, Meldung, Person aus dem Vortag befreit und der Rettung übergeben Abschadenz ist von der Polizei bereit, verständig, kommen Hier Florian Paschen, verstanden, Ende Eure Einsatzleiter, Meldung, wir haben jetzt verheben, von der Polizei an den nächsten Einsatz hier reinbekommen, Ölauftritt für mich Hier Florian Paschen, verstanden, Ende Florian LFK von Florian Paschen, Eintrachtmeldung zu Sturmschaden, kommen Hier Florian LFK, verstanden, Ende Hier Florian Paschen, Lagemeldung Das Vordach ist ein bisschen abgeregt, wir sichern jetzt den Rest des Daches, kommen Hier Florian Paschen, verstanden, Ende Florian Paschen, von Einsatzleiter, Paschen, kommen Hier Florian Paschen, kommen Nächsten Einsatz, das ist bei der Trans-Danovia Florian Paschen, von Einsatzleiter, Lagemeldung, kommen Hier Florian Paschen, kommen Verkehrsunfall, Höhe Abzweigung, Unterführung Lagerhaus, zwei beteiligte PKW Ab Befehl fordern Sie, Rotes Kreuzern, kommen Hier Florian Paschen, wir durchgeführt Ende Florian LFK, Florian LFK, kommen Hier Florian LFK, kommen Ja, ich bin nach einer Barsching Meldung, Florian Paschen LFK, eingeklemmter Auskommen Hier Florian LFK, verstanden, Feuerwehr Hort ist ebenfalls alarmiert, Ende Ja, wir sind um circa 20.31 Uhr zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen worden, wir sind relativ schnell da gewesen, weil wir heute ein Fest gehabt haben und haben natürlich dann die Vorzeuge schnell besitzen können Wie wir hergekommen sind am Einsatzort war die Rettung schon vor Ort, haben bereits dem Verletzten und Eingeklemmten versorgt Wir haben natürlich dann sofort den Braunschutz aufgebaut, das Rettungsgerät vorgenommen und dann mit Absprache des Notarztes haben wir dann eine Crashbergung eingeleitet Dadurch, dass das Fahrzeug in zwei Teile gerissen war, sind wir mehr oder weniger von hinten an die Lehne rangegangen Das hat circa 10 Minuten gedauert, das ist also eine sehr schnelle Bergung und wir haben dann gemeinsam mit den Rettungskräften den Verunfallten aus dem Fahrzeug herausgezogen Ich meine, an dieser Stelle sind schon relativ viele Unfälle passiert, aber in diesem Ausmaß, so wie der heutige Unfall, das haben wir noch nie erlebt Also das war, wenn einmal ein Fahrzeug in zwei Teile gerissen wird, dann kann man wirklich von einem sehr schweren Unfall sprechen Pumpe Pasching, kann der Einsatzleiter kommen? Ja, Pumpe, kommen Ja, es handelt sich um einen Verkehrsunfall mit Eingeklemmter Person, wir machen eine Crash-Sperrung kommen Verstanden, Ente Ja, Lagemeldung, eine Eingeklemmte Person ist befreit Florian Pasching, kann der Einsatzleiter Pasching kommen? Hier Florian Pasching, kommen Hier Eingeklemmter Person, Meldung, der Brand wurde bereits von den Besitzern gelöscht Stankparsching, von Eingeklemmter Person kommen Hier Tankparsching, kommen Hier Eingeklemmter Person, Beihand auf, weiteres Vorgehen und nur mehr Nachlöscharbeiten, kommen Ja, hier Tank, verstanden, wir fahren über die Leibniz-Straßen, sind dann gleich bei Ihnen, kommen Hier Eingeklemmter Person, verstanden, Ende Florian Pasching, von Eingeklemmter Lagemeldung, Hans, ich habe eine Ölspur Vielen Dank an die LKWs, Ölspur wird gebombt Vielen Dank, wurde mittel Zugert durchgesetzt Hier, Einsatzleiter Pasching, Achtung, Lagemeldung Es handelt sich um Von Dauern-Crash-Patienten sind versorgt und unterwegs ins Krankenhaus Ein Hund hat sich im Fußraum des Beifahrers befunden, wurde auch schon versorgt Florian Pasching, von Eingeklemmter Lagemeldung, kommen Hier Florian Pasching, kommen Eingeklemmter Lagemeldung, Verkehrsunfall, Genervierter Person, Hier Florian Pasching, verstanden, Ende Eingeklemmter Lagemeldung 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.